Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt, was ihr unschwer erraten könnt Minecraft ist, aber nicht nur ein bestimmtes Minecraft, sondern ein Modpack, und zwar Bytesace vom AT-Launcher. Vielleicht findet ihr den Link in der Videobeschreibung, wenn ich so gut bin, dass ich mich daran erinnere, das reinzupacken. Aber ich bin nicht alleine, ich habe auch einen Gast, der gerade mit mir skypt, den Marc. Hallo. Und ich bin Adrian, zusammen erleben wir lustige Abenteuer. Aber wir sind nicht nur zu zweit. Das sind auch noch die anderen beiden Kanalbetreiber, die zu faul sind oder keine Lust haben, Videos zu machen, deswegen kam in letzter Zeit keins. Und ich suche den Marc, denn ich musste auch Foto machen von seinen Skin, um es auf Thumbnail zu packen. Ich komme gleich runter. Kleiner Augenblick. Nein, ich will hoch. Ich will den Leuten ja auch sich zeigen. Mal gucken, wie schnell du hochkommst. Ich kann mich hochporten, aber nein. Das mache ich nicht. Nein, wir cheaten ja nicht. Nein, ich habe ihn auch nicht gerade zufällig hierhergeportet, als er vorhin auf den Sauer gejoint ist. Das war ganz bestimmt nicht so. So. Okay. Ich mache Musik während dessen an. Ich habe mich nicht mehr höher. Ja, ich kann mal kurz, muss ich ein bisschen weiter machen. So. Hm. So. 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 Ich weiß governments, was hier passiert ist und warum ich nicht gleich von Anfang an aufgenommen habe. Weil das weiß ich auch nicht so genau, hätt ich eigentlich machen können. Das war meine eigene Dummheit. Das hier war ein Creeper, die alles mit Spinnenавirไป im Avokale Gehmacht haben so. Aber Achja, nur zur Info für euch Zuschauer, ich bin der Typ, der alleine, oder wenn ich nur mit einem skype, kaum rede, also erwartet nicht allzu viel Gespräch, außer vielleicht später, wenn auch die anderen beiden dazukommen sollten, dann wird ein bisschen mehr höchstwahrscheinlich gesprochen. Ja. Sind halt noch an den Anfängen. Ja. Äh, halt da noch keiner. Ich bin noch auf dem Weg. Lass die ruhig Zeit, wird ja bloß grad Nacht. Ich hab ne Spitzhacker und ich weiß mich mit der zu verteidigen. Und n Hammer. Äh. Äh. Du bist da rum. Muss ich ja noch hören. Wie willst du dich denn runter, wie willst du denn immer, oh. Wie, ich was? Wie willst du denn eigentlich immer runterkommen zu uns? Hm, ich hab hier ne kleine Wasserquille, die ich nutze um mein kleines Feld zu betreiben, also... ich denk mal, ich werd die irgendwie nutzen um runterzukommen. Okay. Das war grad eine schöne Aussicht, die ich gesehen habe. So. Jetzt bin ich oben. Jetzt muss ich dich nur noch finden. Jupp. Ich seh dich nicht mehr auf der Minimap. Nein? Jetzt schon ist es... Ach, da bist du! Ich seh dich! Hä? Wo? Ja. Jetzt seh dich nicht. Du bist sogar jetzt unter mir. Hallo, der bin ich. Hm. Ja. Wo bist du? Ich bin gleich da. Das Gehirn ist eben ein technisches Meisterwerk. Nutzen Sie unsere Sportmedizin. Ob das jetzt schlimm ist, wenn Werbung währenddessen läuft, während ich Musik höre da? Ähm, ich bin mal kurz weg. Toll. Lass mich hier ruhig allein. Der Karstadt Adventskalender. Täglich ein neues Überraschungsangebot. Heute? 20% auf Strümpfe. Der Adventskalender bei Karstadt. Jetzt brauch ich nur ein Foto. Wichtige Info für den Weihnachtsmann. Jetzt bei Karstadt. 20% auf Lego und alle anderen Spielwaren. Lust auf Nahverkehr? Du bist handwerklich oder reinmechanisch geschickt, routiniert im Straßenverkehr oder ein Kommunikationstalent? Dann werde Teil der BVG. Wir suchen Azubis für zwölf spannende Ausbildungsberufe. Zum Beispiel BVG oder Elektrotechnik. Nutze die Chance und bewirb dich bis zum einen Haus. Musik laufen zu lassen hinterlassen. Klick dich rein auf ichundbvg.de. Ach, komm. Mal zeigen, wann wir von wo wir angefangen haben zerlaufen. Äh angefangen. Ja doch hier. Wir sind weg auf Spawns. Wir sind ganz weg lang gelaufen. Äh. Äh. Tut mir leid, dass ihr die Werbung hören müsst. Jetzt müssen wir mal da für Spotify Premium. Da wär ich auch wieder. Okay. Marc? Was meinst du? Ist es schlimm, wenn ich da während... Äh, wenn Werbung mit in die Aufnahme mit reinkommt? Weil ich höre Musik und da kommt währenddessen Werbung auf das. Äh. Gute Frage. Das war ein Foto von deinem Skin machen für Tom. Ne, bleib mal stehen. Warte. Warte. Ich. Ja. Keine Ahnung. So ein Buch in der Hand. Ja. Okay. 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 Hast du die Aufnahme jetzt beendet gehabt, oder? Nein. Achso. Okay. Kann man helfen. Frag, weil du wegen der Musik gefragt hast. Nee. Oh, so mach ich eigentlich kostenlose Werbung. Theoretisch. Achso, du machst da deinen Fluss hin. Deinen... Ja, dass ich runter vom Berg komme. Nein. Du musst da auf dem Berg bleiben. Will ich hier oben nicht verrotten. Achso, ey. Willst du da nicht? Das ist keine andere Frage. Dauert bloß Ewigkeiten, bis ich unten bin. Soll ich da helfen? Nee, geht schon. Ist ja nur immer mal einen Block abbauen. Wird jetzt nicht das Schönste sein, aber... Oh, das dauert dann aber noch ewig, bis du unten bist. Ach... Ich mach das mal. Nee, doch nicht, doch nicht. Bis der gleich unten. Bis der schon gleich unten. Dann baue ich hier vielleicht einen kleinen Wasserfall runter. Bisschen schick nachher bauen. Endlich. Was ist denn? Die sind jetzt schon noch nicht rausgekommen? ania, nein. steht. Genau. Muss ich eben noch alles ein bisschen hübscher Ich will hier nämlich nicht ganz ohne Erze rumrennen. Hier ist eh noch. Oh, what the fuck? Cool. Ich glaube, ich hätte nie vorhin ein Schwert machen sollen. Naja. Egal. Hol schnell noch. Ein Wasser-Creeper. Ich muss da lang. Dann versuch ihn aus dem Weg zu gehen. Einfach gehen vorbei oder auf ihn zu mit Umwegen. Nee, doch nicht mehr. Simon hat schon eine Schmiede und ich habe schon den entsprechenden Tisch dafür. Echt? Ihr habt schon eine große Schmelze oder nur die Schmiede? Eine Schmelze haben wir auch. Wow. Ich habe da ziemlich viel schon im Voraus gekümmert. Oh, ouch. Das war alles gestern. So viel ist das gar nicht. Du müsst einfach ein bisschen Eisen fahren und das war's. Wenn wir eigentlich auch schauen. Ihr braucht vier Eisenblöcke. Ja, wenn du, wenn du, wenn du nach unten stehst. Was ist das dein, für ein Vieh? Autsch. Oh Gott, Creeper. Ja. Hier, mein kleines schönes Haus. Ein Grundstück. Die Tinkerswaffen und Werkzeuge können sich hier aufleveln. Die haben das Add-on hier drin. Okay. Kleiner Augenblick. Oh, da ist ja noch ein Skelett. Oh Gott. Ich bin nur ein bisschen Eisen. Oh, wo ist es? Oh Gott. Wow. Apropos meine Perspektive, werdet ihr da nicht sehen. Nein. Also wundern. Er hat keinen Kanal und dann ist auf. Ihr müsst das Ganze einfach bei ihm wie so ein Hörspiel betrachten. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Naja, wenn wir dann mal gemeinsam rumrein, werdet ihr ja sehen, was bei mir so abgeht. Nichts. Oh, Creeper. Innerhalb von den anderen beiden Kanalbetreibern überlegt es sich auch noch aufzunehmen. Ist dir aber noch nicht sicher. Nee, ist er nicht. Nein, er ist noch nicht sicher, ob er Lust hat. Ich weiß, dass ich dringend was zu essen brauche. Jetzt brauchst du doch was zu essen. Ja, ich hatte noch ein bisschen Schweinefleisch, aber das habe ich mittlerweile schon verzehrt. Naja, ich habe schon meine Farm angefangen, also allzu lange dürfte es nicht dauern. Und so wie ich den ersten Apfel habe, werde ich mir gleich einen Apfelbaum zulegen, also... Gut, essen, später kein Problem. Ach, kommt der hier. Ich hoffe bloß, dass ich hier wieder rausfinde, außer Hüla. Eigentlich sammle ich die ersten Erze bloß um... Wenn du Cardinal hast, machst du auf Wegpunkt. Ja, stimmt. Eigentlich sammle ich ja die Erze erst mal Blu... Oh, noch ein Skeletz. Um mir später dann... Ein Tinkers Construct Hammer zu bauen und mir dann selber... ...quasi eine wirklich große... ...Mine zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob du jemals überhaupt eine Mine von mir gesehen hast, Adrian. Ähm... ...weiß ich nicht. Weil die sind wirklich groß. Wenn du willst kein Geldsteingame, ich habe ja mehr als genug. Nee, ich muss ja mir erst... ...hier dieses spezielle... ...Tinkers Construct, die... ...verbesserte Werk... Die habe ich ja schon. Achso, stimmt. Habt ihr ja schon. Und soll ich dran mit ihnen? Naja, ich werde jetzt irgendwann mal vorbeikommen und mir machen. Jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen Nahrung zusammenkriege. Hier draußen und dann... Ja, mal schauen. Hier sind auch 1000 Pferde. Hier unten in der Ebene. Hier werde ich eine große, schöne Eingangshalle bauen, die dann zu verschiedenen Räumen führen wird. Jetzt habe ich glaube, die Musik ist wieder zu laut. Ja, musst du gucken, wie das machst. Hm. Ich würde sagen, das Gebiet ist wunderschön. Ja. Ich dachte erst, das wäre bloß dieser eine Berg, der ein bisschen so aussieht, ähm... ...wie so eine Art Pokal, so ein bisschen von unschleitet, aber... Was ist das da? Ein Creeper. Ja. Ein... Schöner Creeper. Nicht anvisiert. Was bist du? Welcher Fahrrad hat er denn? Ein Solarcreeper. Achso. Keine Ahnung, was der macht. Ich hoffe bloß... Manche explodieren nicht, manche verschwinden einfach. Äh, okay? Ich war posten da, jetzt. Passiert nichts. Interessant. So. Kann ich mal eigentlich auch gleich die restlichen Tools aus... Also gleich die verbesserten Tools aus Stein machen. Ich muss mir überhaupt eine Kiste bauen. Ach ja, was soll wehen? Ich werde mich hauptsächlich aufs Bauen konzentrieren. Schön bauen und so ein Zeug. So. Komm, wachst schneller, beizten. Okay, ich muss ernsthaft meine Farben ziemlich erweitern, wenn ich hier auch Dauerhauung haben will. Ich muss mir dann auch neue Kuhle beschaffen. Und alle sowas. Der harte Anfang halt. Vorhin war es noch total sonnig. Jetzt wird schon Nacht, ey. Obwohl, die Sonne steht gerade mal... ...zu Mittag. Was? Ihr meinkauft schon. Ich meine im Real Life. Ach sooo, ja. Es ist ziemlich dunkel schon. Tja, wird halt Winter. Ja, leider. Es ist Winter. Kassel Schnee, das ist immer so kalt. Ja, sag mir das mal. Du sitzt ja dann wenigstens in einer warmen Schule. Ich muss aber entlassen hinlaufen. Ich fahr mit Fahrrad zur Arbeit. Nein, es wird kalt. Nein, es wird nicht kalt. Ist da unten irgendwo ein Zahn? Die ganzen Spinnen gehen. Kassel Schnee. Ja, ich ist... Vielen Dank.